Hallo meine Lieben, hier ist wieder eine kleine Ankündigung, denn heute Abend geht es weiter mit dem Stream. Und zwar werde ich von 19 bis 21 Uhr heute Abend auf YouTube Gaming streamen. Und wenn alles klappt, bin ich wieder nicht allein, sondern es haben sich ein paar angemeldet und ich hoffe es klappt auch. Also seid gespannt und ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao ciao!